So, also, einmal will ich die neue Map noch sehen. Äh, viermal die gleiche Map gehabt. Jetzt rushen wir einfach mal. Jetzt rushen wir einfach vier Matches hintereinander. Und wir kriegen... Es ist die neue Map, ja, perfect, perfekt, äh, Port, Mackel, Mackel. Wie auch immer die heißt. Sehr, äh... Äh... Verzweigt. Krass. Dann male ich einfach die mittleren Linien durch. Oh, what the fuck? Was macht der denn da? Was macht denn der Wagen da? Wieso ist das so krass, Nagy, hier? Also, meine zweite Inkstrike krieg ich irgendwie nicht voll. So ein Gegner. Mehrere Gegner. Und einer davon hat sich verwandelt. Oh! Hat sich noch einer hinterher versteckt. Und der rennt geradeaus durch, oder was? Aber die Map finde ich echt gut. In meinem Play an den Seiten. Hat er noch gar keine angemalt. What the fuck? Is quasi... Free? Was heißt quasi? Is this free? die map ist ja voll geil ja 50 zu 30 also wir haben die komplette eine seite glaube ich ausgel... ne moment da sind ein paar zwischenstücke übrig sehe ich gerade auf der map also ist echt schon bei uns und unsere base ist auch noch unangemalt also auf unserer seite ist viel nicht bemalt so ab level 20 kann man den item slots hinzufügen für 30.000 dann kann man ein bisschen sein sein equipment zusammenstellen also nach aussehen und nicht nur nach skills das ist das ist das ist Das war's für heute. So, irgendeiner muss hier ja mal die Basefläche Oh, die Basefläche ist voll groß So, jetzt lohnt sich das schon nicht mehr Wieder durch Alter Hat mir die Granate den Arsch gerettet Hab ich den mal von der Seite überrascht Das ist doch schon hier deren Base Also wir haben die komplett zurückgeschlagen Bis zu deren Base Bis zum nächsten Mal 30 Sekunden, also Ich glaube nicht Bis zum nächsten Mal Die habe ich aus Versehen auf mich selbst gemacht Ich wollte in deren Spawn rein Aber noch gut So, das war das zweite Match wieder Sehr hohe, sogar die höchste Punktzahl Ja, natürlich Natürlich Also die Map ist schon Ist schon cool Machen wir das mal ganz Schnell weiter Noch zwei Matches Dann müsste es eigentlich schon reichen Für unser Item Muss nur noch einer Joinen So Level 7 Man muss ja ein Team Iron Wins Bekommen Und eine X-Files Cross-Files Mal gucken Ob das Matchmaking das auch so macht Iron Wins Und X-Files Auf den Skatepark wieder Nothing Höchst nicht Mit Schloss Ich Hum Schnell Das ist Sagen Ich Alter Da wollte ich gerade weg Aber kam nicht mehr richtig dazu Ja, komm hier hoch, du Spaß Ah Hey, da läuft einer durch unsere Base, guckt auf die Map Huh? Wow So Ich muss hier irgendwie Mal durch Das ist ne gute Fläche hier Fuck Ich hätte ihn vielleicht nicht so überraschen sollen Anders Oh Yo, Clash der da durch Okay. Habe ich gerade noch so den Inkstrike raushauen können. Ja, fast alles eingefärbt. Zack. Puh. So, noch ein Match, dann müsste das reichen. Für heute und für das Item. Beides passend. So, continue. Diesen Part habe ich, glaube ich, alle drei gewonnen. Ziemlich geil. Ranked Battle soll ja ganz anders sein. Jemand, der hier im Turf War gut ist, kann kann hart zerstört werden im Rank. Ist ja ein anderer, ähm, Spielmodi. Ist ja kein Terf War, sondern Splat Zone. Ähm, müsste ich mich mal ein bisschen reinlesen. Und dann starte ich das morgen mal. Bisschen ranken. Oh, wie man von dieser Fläche aus alles einfach anmalen kann. Da war eine Kräcke. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Oh! Aber sehr geil. Alles zerstört. Oh! Hoe? Keine Farbe mehr. Oh! Habe ich mal einfach deren Base angemalt, wollte mich an der Seite da verweißen, die haben da noch unbemalte Fläche auf der einen Seite. Oh, ich hing da an der Seite fest. Schlägt sie zurück. Ja, das ist auch gewonnen. Zack, 50 zu 30 mit 1000 Punkten, das müsste reichen, würde ich sagen. Schauen wir mal. Jo, das reicht. Ich bedanke mich dann bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part vielleicht wieder. Vielleicht. Bis dann. Bis dann.